So, hi und talo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, das brandneue und aktuelle WM 2018 Teamkart-Sammelheft der deutschen Spieler. 32 Teamkarten werden dort eingeklebt von Kicker und Kinder. Nur die deutschen Spieler. Ist natürlich nicht schlecht. Wo kriegt man das und wie teuer ist es? In jedem Geschäft kostenlos, wo es Kinder gibt. Meistens in Einkaufsläden, da habe ich es heute entdeckt, musste ich natürlich sofort mitnehmen. Und da schauen wir jetzt natürlich mal rein, wie es aussieht. Wie gesagt, nur die deutschen Spieler kommen da rein. Jetzt, es ist richtig gut gemacht, wie ihr seht. Hä? Ist das schön, die Torwärter? Es ist kein Papier, richtig dicke Pappe. Also ich muss echt sagen, das gefällt mir. Diese Seite ist immer dünner, aber die Seite, wo die Aufkleber drauf kommen, oder keine Aufkleber, wo man reinsteckt, sehen wir natürlich nachher, ist richtig cool gemacht. Das muss ich echt sagen. Uh, dann kann man die Spielergebnisse eintragen. Russja 2018. Endspiel. Wäre natürlich schön, wenn unsere Mannschaft wieder da hinkommt. Ah, es ist wirklich. Ihr seht schon, ich bin auf Seite 21, es hat schon ein paar Seiten. Dann natürlich die Trainer. Ah, Co-Trainer. Und, und, und. Hier, seht ihr selber, nichts vom Gesichter. Na, 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 na. Wer da wohl hinkommt. Also, wie ihr seht, es hat 30 Seiten. Dann natürlich überall, wo es die Sticker gibt. Hanuta, Duplo, Kinder, Rino, Country, und, und, und. Da kriegt ihr natürlich die Stickers. Das Heft ist richtig gut gemacht, wie ihr gesehen habt. Bei euren Einkaufsladen kostenlos. Top Idee. So, und jetzt gucken wir uns natürlich mal die ersten Sticker an. Ich habe natürlich, ah, Kinderprodukt. Wie ihr seht, hinten muss die Werbung drauf sein, sonst ist was anderes drin. Ihr wollt aber die WM 2018 Helden haben. Und die Punkte sind dabei. Aber jetzt kommt's. Wo sind die Karten? Hier unten. Ist ein Tütchen drin. Dann noch in Gold. Ich mache mal das Heft darunter weg, dass ihr sie besser seht. Die sind richtig cool gemacht. Mache ich natürlich vorsichtig auf. Die sind auch dick. Drei Stück. Oh, eine ganz goldene. Das ist auch richtig dicke Pappe. Richtig schöne Qualität. Muss man ja echt sagen. Kann man auch nicht aufkleben. Die werden wohl reingesteckt. Jetzt schauen wir natürlich mal, wie das erstmal funktioniert. Ups. Wem haben wir denn da? Da gucken wir doch mal rum. Wo sie so rumlaufen. Wo da rumhängen. Noch gar keiner. Doch, hier unten. Und jetzt. Ah, wie ihr seht. Sie werden wieder vorsichtig dort hinein. Sie ist aber jetzt natürlich nicht ganz auf. Doch, so. So stellt man die ein. Richtig schön. Muss ich echt sagen. Das hat was. Allein die Karten. Die haben wirklich was. Schöne dicke Pappe. Schöne Qualität. Ihr seht es selber. Aber das waren natürlich nicht meine einzigen Drei. Ich habe ja noch ein Paket Country. Was ist das denn? Drauf. Aber nicht drinnen. Nein, die Klebe auch nicht so drinnen. Ihr seht es jetzt selber. Es ist nicht da drinnen. Es ist aber abgebildet. Hallo? Drei Karten gratis. Ja. Wo sind sie? Also, ihr seht es selber. Passt bitte auf. Das war jetzt natürlich ein richtig blöder Vorfühleffekt. Es ist keine Stickers drinnen. Produkt umsonst gekauft. Aber nichtsdestotrotz. Ihr habt es gesehen. Es kann passieren. Passt bitte auf. Aber die Pappschilder und der WM-Helden 2018 sind richtig cool gemacht. Also, jetzt wisst ihr wo es gibt. Wie teuer es ist. Was passieren kann. Das ist jetzt verdammt ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch zeigen was es gibt. Ihr schreibt mir natürlich jetzt alles in die Kommentare. Wie ihr sie findet. Was ihr davon haltet. Ob ihr sie selber schon habt. Die Goldenen sind richtig cool. Alles schreibt mir bitte in die Kommentare. Ansonsten sage ich wie immer bis demnächst. Guckt hin und schaut zu. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.